Was geht, meine Bunten? Paul Guinness! Oh, ich bin ein bisschen zu nah dran. Wir sind es denn gerade im wunderschönen neuen Studio, und zwar im Tintenfüller-Studio am Ostpreußendamm 122a in Berlin-Lichterfelde. Ich konnte kein Anfangs-Intro machen von diesem Video, deswegen mache ich das jetzt. Und zwar war ich mit Zaid beim YouTube Space, und das ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, ich würde sagen, film ab! Guck, 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 guck! Für die Info, er hat mich hängen lassen. Was hab ich? Er hat mich hängen lassen! Wieso hab ich dich hängen lassen? Ich muss alleine trinken! Du musst Autofahren! Wir sind zu Fuß gekommen! Zu Fuß gekommen! Sind wir hergelaufen? Wir sind zu Fuß gekommen, und jetzt war ich hier im Kampf! Ey, kannst du bitte mein Auto bitten? Ja, komm, noch mein Auto! Ich weiß nicht! Ja, das ist der beste Moment, Alter! Ja, das ist zätowiert! Der ist zätowiert! Ja, das kriegen wir nicht! Ich bin sehr gut! Ich bin sehr gut! Oh mein Gott! Ich bin sehr gut! Ich bin sehr gut! Ich bin sehr gut! Jetzt Zeit, du bock! Jetzt Zeit, du bock! Wie du trinkst! Falsche Zeit, du bock! Töne Kannst du kurz halten? Na klar. Müssen wir mal gucken, ob mein Pfefferspecker noch da ist. Was ist denn hier? Da hinten soll ich hinlegen. Meine Stimme, die klingt ganz komisch. Deine Augen? Was ist denn da los? Oh, ist noch da. Killer. Was ist denn das? Google Home. Google Home? Ach Quatsch. Fuck, was? Was kann ich denn damit machen jetzt? Das ist sowas wie Alexa. Das ist sowas wie Alexa? Schenken die einfach ein? Das ist aber nur Google Home drinne. Google Home. Jetzt nicht verarschen, du willst es dir gerade erzählen, dass die einfach Google Home schenken. Was ist das denn? Bei dir? Das ist ja unglaublich. Das ist einfach so ein Geschenk bei der YouTube raus. Google Home. Krass. Alter, wie nett von YouTube. Guck dir's an. Also muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das ist echt krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, ich kenn das ja so bei meiner alten Arbeit, wo ich gearbeitet habe. Da hab ich mal so einen USB-Stick bekommen mit 3 GB. Aber Google Home? Oder wie das Ding heißt? Krass. Wie fandest du das jetzt? Ich liebe sowieso die YouTube Space Partys. Alina, ich liebe dich. Wie sehen wir das spätestens? Open Mic. Wenn ich wieder rappen kann. Das Ding ja ein Liebeslied. Und dann bist du tatsächlich auf der Bühne, richtig? Ja, ich bin auf der Bühne. Bin ich mal gespannt. Ich war heute auch auf der Bühne. Ja stimmt. Auf der Leinwand. Auf der Leinwand. Aber sieht man mich überhaupt? Bin gerade auf dem Rückweg. Alter, meine Stimme, die ist so im Eimer. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Jedenfalls, Freunde der Sonne. Na ja, das war's schon wieder mit dem Video. Aber ich muss mal hier parken. Oh fuck, das Tor ist ja gar nicht offen. Jetzt liegt da. Und zwar... Ja, die Fresse. War auf jeden Fall mega geil mit dem Zelt. Ich war zum ersten Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich muss sagen, was richtig krass war. Hier zieht euch das rein, passt auf. Das feiere ich am meisten. Guckt es mal an. Hier ist einfach äh... Alter, ich weiß gar nicht was das ist. Spotify, Netflix, wie Netflix. Das heißt, da spielt einen Tonaball aus. Google Home Mini. Aber geschenkt bekommen. Von YouTube. Ist ein Traum. So, hier haben wir nochmal hier. Ich war unterwegs als Seltmusik. Ja, mit ihm zusammen. War richtig killer. Und ich kann nur sagen, hier haben wir noch schöne Bilder gemacht. Das ist der Hammer. Der in der Mitte übrigens ist ähm... Ich weiß nicht mehr wie sie heißt. Madison. Das ist der Mann von einer Dame, die Yoga-Videos macht. Hier ganz cool gewesen auf jeden Fall. Das konnte man auch noch kostenlos mitmachen. Ist der Hammer. Ich feiere das übertrieben. Ja. War auf jeden Fall sehr geil. Bis denn Antenne und wir sehen uns. Haut da rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Und kommentiert mal und sagt, mach weiter so Sascha. Alles voll toll und so. Ja, hier. Nächste Zeit geht es doch wieder weiter mit Tattoos. Bloß ich habe sehr viel zu tun. Wirklich sehr viel zu tun. Mega viel Stress. Wir müssen ja wie gesagt aus dem Haus ausziehen. Dies, das, Ananas und immer so weiter. Mehr würde ich lieber gar nicht sagen. Seid gespannt. Haut da rein. Okay. Pause auf.